Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Und wir wollen jetzt rausfinden, ob dieser komische Händler was mit dem Sura zu tun hatte, ganz offensichtlich. Für jedermann ohne hinreichenden Schutz sind dies gefährliche Zeiten. Kommt, schaut euch meine Ware an. Ich habe die günstigsten Rüstungen, das versichere ich euch. Was wisst ihr über einen Sura-Söldner, der nach Tore gekommen ist? Ich fürchte, über die Sura kann ich euch nicht sagen. Ich halte mich von denen fern. Wenn man so lange Händler ist wie ich, lernt man, wann es besser ist, sich von solchen Leuten fernzuhalten. Helme, Panzer, Schienen. Gucken wir mal, der hat Rüstungen und Helme. Rüstungen sind einfach Srimonien, waren nicht verwendbar durch meinen Ischkai-Körper. Ich tippe mal Ischkai-Körper, das wäre jetzt zum Beispiel entweder der Bogenschütze, den wir spielen können, oder halt einfach der... Der Dings ja, wie ist der? Der, 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 äh... Oh, 57 Verteidigungswerte. Magisch schwerer Helm. Beschädigter Eisenhelm. Könnten wir uns kaufen, aber mache ich jetzt einfach mal nicht. So, kein anderer Händler... ...weiß sonst etwas über denen. Morpheus-Schenbar auch nicht. Waffen, Rüstungen, Vorrä... Wisst ihr etwas, das mir weiterhilft, Händler? Ich sage euch was. Eine Hand. Ich muss die Wochen gebürfen. Jemand wie ihr beschafft mir das Geld. Und ich verrate euch etwas hilfreiches. Ihr seid zurück. Wunderfuss. Beehrt mich bald wieder. Okay, dann treiben wir mal die Schulden von denen ein. Also wer war das jetzt alles testet? Äh... Ich bin hier, um die Gebühr einzutreiben. Ah, ich hatte ihn schon vermisst. Bitte, richtet Morpheus meine Grüße aus. Wie überraschend gefügig. Ihr seid hier stets willkommen. Ich bin hier, um die Gebühr einzutreiben. Oh, ist es schon wieder so weit? Gut, hier ist das Geld. Vielen Dank, Händler. Ich bin hier, um die Gebühr für Morpheus einzutreiben. Nicht nötig. Ich habe bereits gezahlt. Ich habe wenig Geduld mit Lügnern, Händler. Tja, den Versuch auswerden. Hier, nehmt. Denkt an mich, wenn ihr Waren habt, die ihr nicht mehr braucht. Ja, zuerst bist du natürlich die Erste, der entspricht mir. Da seid ihr ja wieder. Was wisst ihr über die Geschichte? Ich war dir in den Anzug, Schienen. Oh, du hast nichts erzählt. Ja, ich... Möge dir siegreich aus allen Schäden. Ich dachte, das ist ja so. Okay, ist er ja. So, mal in Dialog übersprungen, das macht ja nicht so viel. Gucken wir mal, was Pfeirus weiß. Die besten Waffen im Ödland... Entweder sagt ihr mir, was ihr mit dem Sura zu schaffen hattet, oder ihr erfahrt am eigenen Leib die Macht einer Zauberin. Tut mir nichts. Ich habe bloß den Boten gestellt, das schwöre ich. Kench, die Frau, die die Herberge führte. Sie bat mich, dem einäugigen Sura-Krieger eine Botschaft zu bringen. Er bezahlte mich dafür mit Silber. Aber ich tat nur, was Kench von mir verlangte, mein Wort darauf. Keiner ist günstiger als ich, Freund. Was hatte Kench mit dem Sura zu schaffen? Sie hat den Ishkai ans Messer geliefert, der dort wohnte. Sie verriet ihn, um ihren Hals zu retten. Wenn man sie so anschaut, würde man das nie vermuten. Aber Kench hat Söldnern überall in den Heretic Kingdoms Aufträge vermittelt. Bevor sie nach Tole kam, heuerte sie den einäugigen Sura an. Doch die Sache ging schief. Ihr Auftraggeber wurde erschlagen und der Sura sah nie seinen Lohn. Und wenn es eins gibt, das man im Söldnergewerbe besser unterlässt, dann... ...einem Sura-Krieger etwas zu schulden. Sie wollte wohl ihre Schulden begleichen, indem sie ihm den Ishkai überließ. Keiner ist günstiger als ich, Freund. Das ist natürlich unschön. So, dann gucken wir uns aber trotzdem nach. Spricht mit der Herberge, mit dem Geist. Das ist... Das ist Kei-Schatten, okay. Äh, hatten wir das jetzt mit den... Äh... Waren das jetzt alle, oder? Waffen, Rüstungen, Vorräte, Günther. Kanntet ihr jemanden namens Kench? Darüber weiß ich nichts, fürchte ich. Doch ich wette jemand anderes in der Stadt schon. Weißt du überhaupt irgendwas? Ihr seid zurück. Euer Geld, Händler. Meinen Dank. So ist das viel entspannter, als selbst mit diesen Aasgeiern zu verhandeln. Ihr wolltet Informationen? Folgendes kann ich euch sagen. Wenn ihr ins Haus der Stahlgilde wollt, kann Araschad euch Zutritt zum Keller verschaffen. Aber nehmt euch in Acht. Die Gilde hat dort heimtückische Fallen gelegt. Ihr seid zurück. Wundervoll. Wow. Einfach nur wow. Oh, Liedergüttel. 398, natürlich. Handschuhe. Level 3er, selbstverständlich. So, und das haben wir schon. Also der scheint auch nicht wirklich was besseres, als das, was wir bereits haben zu haben. Haben, haben. Und dann latschen wir jetzt aber mal tatsächlich wieder zurück in die Herbe-Ecke. Und dann quatschen wir mit dem Geist mal. Burschak, komm raus, wo immer du dich verkrochen hast. Du hast deiner Freundin fälschlich vertraut, Kench. Sie hat dich verraten. Sie hat dich verraten. Noch ein Schrei. Dann hat sie dich doch nicht verraten. Und du wachst seit ihrem Tode über ihre sterblichen Überreste. Wie rührend. Komm, Geist. Deine lange Wacht ist vorüber. Komm zu mir. Deine Seele ist jetzt mein. Er werde mich niemals bezwingen. Steam-Rundschaft. Ein Ischkai-Schütze wäre ein guter Verbündeter. Und dankenswerterweise ein leiser. Das ist richtig. Gehe ich mal von aus, dass das richtig ist. Aber wir haben jetzt noch ein Schreiben gekriegt. Aber wir haben trotzdem erstmal ein Level ab. Machen wir das Wichtigste zuerst. Seelenspalter. Ach, du brauchst jetzt zwei Fähigkeitspunkte. Dann holen wir noch den Seelenspalter raus. Auf E. Talentplatz freigeschaltet. Aha. Erhöht die Kapazität des Nothars um 20. Dann haben wir noch eine Panik. Verringerte Kosmosverzauberungen. 10% mehr Seelen bei jeder Illuminierung. Höchste Regeneration um 2. Plus 20% Extraschaden gegen Bestien. Die Regeneration. Kloppen wir gleich mal auf 30 das Ding. So, dann gehen wir mal auf Evia. Ach, da haben wir auch gleich mal die Willenskraft auf 30. Ja, ich bin mir sicher. Talente. Was haben wir hier? Präzision. Erhöht die kritische Trafischung von 2. Um 2. Was haben wir hier noch? Schutz gegen Stumpfegewalt. Dunkler Schutz. Eisschutz, Wildschutz ist alles klar. Siebschutz. Intelligenz. Was heißt, erhöht die Lebenskraft um 10. Abana Graubräufer. Er ist zusätzlich 25%. Ausdauer um 10. Machtstärkung um 10. Geschick. Zehren, Entzug, Mana-Aufladung. Absorbieren, Seelen plus 15%. Misty-Termal Kriegsamt für eine Fähigkeit um 7%. Da gucken wir mal noch die Intelligenz. So, wir brauchen auch 2 Fähigkeitspunkte. Ich brauche 2 Level-Ups, um das zu machen. Fluch der Wüste. Feuerschild. Ich würde sagen, wir sparen wir uns in 1 Punkt noch auf. Was für ein Level hat der? Bei dem machen wir mal die Präzision rein. Der braucht ja wesentlich viel Gewandtheit. Ich habe ein bisschen Ausdauer. Schadet dem guten Kerl auch nicht. Der solche ist ein Jäger. Level 3, okay. Ja, ich bin mir sicher. Was hat denn der Wunderschönes? Okay. So, dann haben wir einen neuen Verbündeten. Und jetzt kann ich hier so zwischen die hin und her wechseln. Alles klar. Okay. Aber das in Multiplayer wäre auch noch schick gewesen. Dann könnte zumindest einer zumindest... ...den Geist euch für Unruhe sorgen. Was ist das denn? Schackkick. Und die anderen könnten dann... Zum Beispiel dann... Wo war es denn jetzt? Ach, der Erkenntnisbrief. Liebe Jisha, ich habe dir im Namen deines Bruders schon so viele Briefe geschrieben, dass ich beinahe das Gefühl habe, du seist auch meine Schwester. Urschak und ich sind uns in den vergangenen Monaten sehr nahe gekommen. Und als ich erfuhr, dass derselbe Surakrieger uns beiden nachstellt, war das die perfekte Gelegenheit, ihm die Stirn zu bieten, um uns so beide vom Schatten unserer Vergangenheit zu befreien. Ich habe den Eugenien Surah nach Tole bestellt und ihm Verrat vorgeheuchelt. Wir haben die Absicht, ihn hier in meiner Herberge in einen Hinterhalt zu locken. Falls wir siegreich sind, brechen wir beim ersten Tagessicht zum Bündnis auf, um gemeinsam ein neues Leben zu beginnen. Ich freue mich darauf, sie kennenzulernen. Deine Freundin kennst du... Alles klar. Jetzt nicht mehr, wir raten. Quest, Quest, Quest. Aufträge der Putschmann. Wir haben vorhin noch Level 4. Haben wir jetzt noch Nebenquests? Na dann verfolgen wir einfach mal das hier weiter. Da haben wir hier noch irgendwo. Zum Gildenkeller Tole. Ne, da kommen wir ja her. Was haben wir hier noch so für Häuser? Friedhof, Herberge, Stahlgilde. Zum Keller der Stahlgilde. Ne, gehen wir jetzt mal zum Kapuzen, Mann. Ach, hier ist der gesperrte Gutekerl, okay. Wenn wir mitten in der Städte sind, dann können wir keine Gestaltenwürze machen. So, hier ist die Arcanum-Tür. Doch, gehen wir einfach mal rein. Was soll schon schief gehen? Das muss das Arcanum sein. Wer wohl den Schlüssel dazu hat? Wenn wir die Quest, das für Mächte ist der Gal- des Gal- der Arcanum-Kaiserreiches. So, dann machen wir das halt zuerst. Haben wir eine große Map? Ja, haben wir. So, leider nix zum Lupen da. Die Dinger da oben können wir nicht kaputt machen. Äh, tada. Was sind das? Seidenwachen. Achso. Hier haben wir noch einen Händler. Arraschad. Noch mehr Händler. Das sind nicht Händler zum Handeln, sondern wahrscheinlich so wie Privathändler von dem hier. Seid ihr der Seidenmeister? Ich bin das Oberhaupt der Seidengilde, Milady. Seidengilde? Seit wann ist es den Händlern gestattet, Gilden zu gründen? Wer in dieser Stadt sollte uns davon abhalten, Milady? Vergebt mir. Ich habe Tole anders in Erinnerung. Im Ernst? Es ist dasselbe alte Drecksloch wie eh und je. Mein Name ist Arraschad. Wie darf ich euch ansprechen, Milady? Nennt mich Evia. Was benötigt ihr? Gucken wir mal. Was könnt ihr mir über das garulianische Kaiserreich erzählen? Warum interessiert ihr euch dafür? Das ist meine Sache. Wann ging das Kaiserreich unter? Oh, vor etwa 300 Jahren. Ich weiß nicht viel darüber. Irgendetwas mit einem Schwert und dem Theokraten. Wie man hört, begann damit für einige Länder eine Ära des Schreckens. Ich fürchte, ich kenne mich nur mit der Geschichte von Tole aus. Habt ihr Fragen? Was ist in Tole vom Kaiserreich noch übrig? Leider nur wenig, Milady. Diese einst mächtige Siedlung ist nur noch eine Ruine. Man sagte mir, die Katakomben von Tole waren einst eine gefragte Begräbnisstätte garulianischer und die Katakomben von Tole waren einst eine gefragte Begräbnisstätte. Wenn ihr diese Epoche interessiert, solltet ihr euch unbedingt bei den Grabstätten umsehen. Allerdings wimmelt es dort nur so vor aphotischen Spinnen. Also Vorsicht, Milady. Habt ihr Fragen? Es ist schön, dass es genau im Let's Play Skype meldet. Das finde ich sehr toll. So habt ihr Aufträge. Kann ich euch für eine Gegenleistung meine Dienste anbieten? Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr mir bei der Lösung einiger Probleme zur Hand gehen könntet. Einige meiner Händler fielen des Nachts aphotischen Spinnen zum Opfer. Bösartige Viecher, die seit Kurzem scheinbar in jedem Schattenlauer sozusagen die Umverteilung von Vermögenswerten betrifft. Habt ihr Fragen? Wie geht es der Seidengilde? Ach, die Zeiten sind schlecht für die Händler von Tole. Die Stadt ist von einer Nomadenhorde umzingelt, die sie plündern will. In den Schatten der Katakomben lauen fürchterliche Kreaturen. Andererseits sind die Profite der Seidengilde in diesem Quartal gestiegen. Nichts hilft dem Lebensmittelpreis besser auf die Sprünge als eine gute Belagerung. Was benötigt ihr? Wie lange werden die Vorräte noch reichen? Das lässt sich schwer sagen. Vielleicht ein Jahr? Falls ein Sandsturm die Nomaden zum Rückzug zwingt, sogar noch länger. Außerdem ist der Vorsteher ein mächtiger Portalmeister. Vielleicht hat er ja die Mittel, uns durch dieses Unglück zu helfen. Es ist schlimm, doch leider lauern innerhalb dieser Mauern größere Gefahren als außerhalb. Was benötigt ihr? Was könnt ihr mir über den Vorsteher sagen? Sehr wenig, Milady. Er stürzte meinen Vater als Vorsteher. Ich liebte meinen Vater nicht, doch wir waren blutsverwandt, versteht ihr? Ich traue dem Herzog nicht. Und das nicht bloß, weil er dem Schleierorden angehört. Jeder weiß, dass der Orden bloß ein Blendwerk von Rechtschaffenheit ist, mit dem die Inquisition den Verfall in ihrem Inneren verschleiern will. Ohne ihn wäre Tole besser dran. Bitte, stellt eure Fragen. Ich kann die aphotischen Spinnen für euch erledigen. Dafür wäre ich euch überaus dankbar, Milady. Bringt mir zehn Spinnenkadaver und ich zahle euch fünf Taler pro Stück. Sucht auf dem Friedhof südwestlich des Marktes. Dort scheinen sie sich in Scharen zu tummeln. Bitte, stellt eure Fragen. Was soll ich stehlen und warum? Als er meinen Vater bezwang und zum Vorsteher wurde, nahm Darmok etwas an sich. Ein Schwert, ein Familienerbstück, könnte man sagen. Mein Vater bekam es von meinem Großvater und der wiederum von seinem Vater. Darmok machte es den Söldnern zum Geschenk, um ihr Bündnis zu festigen. Doch nach Geburtsrecht ist das Schwert mein und ich will es zurück. Nehmt diesen Schlüssel, eröffnet den Keller der Stahlgilde. Ich bin sicher, dass das Schwert irgendwo da unten ist. Ein viel zu kostbares Verhandlungsmittel, um es irgendwen schwingen zu lassen. Findet das Schwert und bringt es mir zurück. Dann zahle ich euch 200. Ihr erkennt das Schwert an den zwei sich umwindenden Schlangen, die auf Griff und Klinge eingraviert sind. Was benötigt ihr? Was wisst ihr über einen Sura-Söldner, der nach Thole gekommen ist? Das geht mich wirklich nichts an, bitte. Lasst mich da raus. Wie kann ich helfen? Kanntet ihr jemanden namens Kensch? Sie führte doch früher die Herberge, oder? Um ehrlich zu sein, ist mein Wissen über die Bürger von Thole außerhalb der Seidengilde begrenzt. Was benötigt ihr? Jetzt nichts mehr. Okay. Wir haben ein paar neue Quests gekriegt. Und ja, wir hatten eine kleine Skype-Störung und dann hatten... Und dann, mal gucken. Aber wird nicht so trotzdem uns in der nächsten Folge wieder... Oder, ja, wie ich das zusammenschneide. Okay, bis dahin gleich. Ciao!